Ich muss es nicht so uns da zeigen, was es ist. Na los! Läuft ja. Achtung! Wir müssen durch sie hindurch. Shit. Ooooooh. Das ist nicht gewesen. Ich gehe mit der Deckung! Ich glaube auch in meiner Fuß. Achja. Wache ausgeschaltet! Wir können uns doch immer flankieren, ne? Das ist dir schon bewusst. Was sind die denn jetzt? Was soll denn das? Ich sehe die gar nicht. Da unten. Wache getroffen! Wache getroffen! Wache getroffen! Ah, scheinbar weg! Ah, anscheinend nicht... Ich kann nicht von hier schließen. Naja, du. Ah, das gibt's doch nicht! wo ist er jetzt hin ist er da oder was kann es nicht sein man sagt nicht da ist noch was sieht aber nicht so aus ich geh jetzt runter ha witzbulde kommt raus ist jetzt klar wache ausgeschaltet und jetzt hier und Ja. Keine Munition, keine Munition, keine Munition. Munition. Keine. Ein ziemliches Arsenal. Was ist daran seltsam? Die Kompanie exportiert Waffen in die ganze Welt. Ja, die ist schon mal cool. Ja, eigentlich mal eine anständige Waffe. Es ist doch seltsam, dass die Waffen bis an die Zähne mit den neuesten Waffen ausgerüstet sind. Genug von Ihren Vermutungen. Suchen wir das, wofür wir gekommen sind. Sollen wir. Dock 4. Ja. Das hat sich hier knallgelassen. Munition. Munition. Überall Kisten, aber keine Munition. Oh, beachtliches Lager, aber keine Munition. Ach, guck mal. Schlecht aus. Na gut. Für meine Handknarre ist ja keine richtige Munition da, das ist natürlich nicht so doll. Zwölf Schuss. Alles vorbei. Auf mein Zeichen. Gib sie mir Deckung. Verlassen. Ein sehr schlechtes Omen. Bestimmt wollen Sie sich neu gruppieren. Uns bleibt wohl nur ein kleines Zeitfenster bevor Sie zurückkommen. Jetzt. Jetzt. Der Beweisfrau. Wie Sie wünschen. Ich komme sowieso wieder. Nimm mal lieber Lande, Knaller. Was jetzt? Ja, wer weiß. Es ist nichts. Untersucht die Ladung. Sucht nach auffälligen Kennzeichen auf den Kisten. Die Kisten, die wir suchen, haben das Abzeichen der Kompanie auf der Seite. Da haben irgendwo was Rotes schon gesehen. Ich weiß nicht, ob das das Rote ist. Achten Sie auf das Abzeichen. Es ist ein roter Stempel. Ja, das ist doch hier. Eine richtige Markierung. Aber zu hoch. Ach, soll unten sein oder was? Vielleicht das? Ja. Oh, eine Planke. Ist mir im Weg. Ich kann da nicht hin. Gut, dass ich von hier aus drücken kann. Ach, deswegen. Und da drin sind McDonalds, Happy Meals. Und da drin sind McDonalds, Happy Meals. Ich weiß nicht. Vampire? Unmöglich. Aber wie? Die Halbblüter festigen ihre Macht. Mit dem Schutz der Lykaner in ihrem Land verbreiten Lord Hastings und seine Vampirbrut ihre solche... Lord Hastings? Er kann keiner von ihnen sein. Viele in Whitechapel haben ihren noblen Lord spät in der Nacht auf der Jagd nach gefallenen Frauen beobachtet. Die Rippermade. So nennen sie sie doch. Wie konnte sich der Mörder ihrer Meinung nach Commissioner Dolts Fangnetzen so lange entziehen? Die haben ja alles mögliche kombiniert. Alles mögliche. Alle John-Dinger in eine Geschichte gepackt. Wie viele von denen zentraliert. wir haben echt viele filmen geguckt das spiel gemacht haben alles verbrennen ganze scheiß ja wir müssen diese fracht zerstören hier drüben ich habe treibstoff gefunden ja das beste was man machen kann also ich mal auf treibstoff da ist was wenn ich es nehmen nein ich bin unfähig diesen kanister zu nehmen ich soll zündeln und sie ich zünde die hier bereiten sie andere vor ja wenn eins bringt dann brennen die anderen dann auch alles das man begießen und dann abgeht ah die werden alle rauskommen wenn die das erst melken dass pakistan brennen werden sie an dem ratzefatze hier draußen sein mit verbrezigen haut der streichelzer werden wow wie gesagt besser gewesen wir starren uns jetzt einfach an ich suche nach etwas um ihnen zu helfen hier ist eine leiter das erinnert mich voll an der last of us die haben alles geklaut ich schwöre aber alles unfassbar die haben alle treibstofftank zusammengewürfelt ja unfassbar wie kann man sowas tun und da hinten kommen welche 100 prozentig ok der hier kann angezündet werden cool sehen wir nach dem rest also gut los übernehmen sie die restliche fracht ich kümmere mich um die war ja klar mit der waffe ist natürlich ganz cool one shot ist das genau scheiß die hier nach unten oder ne da ist noch einer ah ich liebe diese dinger ok da ist was nicht fehlt sorry oh der lebt ja immer noch ein bisschen nach oben gezogen äh ich ging in den kopf geschossen das ist doch kacke man ok 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 das sieht nicht gut aus oh nicht dein ernst nicht dein ernst nicht dein ernst ah ich kopf geh doch mal in der deckung geh doch mal in der deckung geh doch mal in der deckung mit es ist nicht ich scheiße scheiße genau ich bin alle gewesen voll ver Ach, kann ich nur zu empfangen? Ich zünde die Kisten an! Lenken Sie sie ab! Natürlich. Kann ich auch nicht schießen, weil das ist so cool. Ach, nein. Du Penner! Ich riech die Hustle, ey. Ja, zieht wahrscheinlich ganz nach oben. Ja, dann kann ich nicht mehr. Komm! Schießen kann man mit dem Ding schlecht.